So, auf nach Flammhulst! Werden wir jetzt echt gar nicht mehr überrascht, oder was? Ah, okay. Wollte ich aber schon sagen, ja? Okay, er darf, das ist schön. Dann machen wir hier erst mal Aufstacheln für 5 Runden. So, dann haben wir hier Feuer, Feuer, Feuer und zweimal Donner. Axt haben wir hier auch. So, wir haben hier alles... Nein, wir haben nicht alles aufgedeckt. Ja, egal. So, dann machen wir erst mal... Einmal Feuer reicht. Huch! Was für ein Zweichruppverbot! Okay, wir probieren es mal! Hm. Das ist nun... Okay. Äh... Nehmen wir den auch raus. Dann gibt's mal ne Amputationen. Gewöhnt! Voll bei der Katten Level ab! So, die Chas noch ziehen dauert echt ein bisschen. Okidoki! Hm. Das müssen wir hier aufpassen, weil hier verlaufen wir jedes Mal. Nördliche Wildnis von Flammhult nach Flammhult. Also, wir müssen da hoch. Also, das war hier, da kommen wir grad her. Das ist da drüben, da müssen wir hoch. Da könnte man aber mal einen Clip machen von... Dann kann ich das nämlich eventuell in den Entwicklern schicken. So, wir haben's... Okay. Das ist ja hier nur doof. Okay, wegkriegen tue ich mal gar keinen. Machen wir das mal so, dann haben wir ihn schon mal geschwägt. Ah, so ist fein, wenn die wissen, wo sie hinhauen müssen. So, du machst erst mal aufstacheln. Weinen. So, du haust dann mal den da rein. Jawoll. Na gut, einmal da. Aua! Das war jetzt aber... gemein. So, somit ist der O weg. So, du... Komm, hause weg. Nice one. Ha, try again. Level up. Äh... Schade. Brennertapfel isn't. So. So, hier mal ein bisschen mehr trinken. Bevor der Frau wieder schimpft. Bei den letzten zwei Tagen, äh, während dem Stream war das nämlich massivst zu wenig. Ja, und hier weiß ich doch jedes Mal nicht weiter. Atlasdam, Rechtsflamm, Hull. Okay, da müssen wir rum. Hm. Ah, der sagt, also dieses, äh, wir werden nicht mehr überrascht hat, wo wirklich nur auf die Fights zu. Oder trifft nur auf die Fights zu. So rum. So, das ist halt jetzt, hm. Weil wir die Keilen lohnen sie nun. Na jetzt. Ja, den würden wir brechen. Ja. Okay, sie kann hier mal gar nichts ausrichten. Das ist in der Tat nicht viel. BP spenden. blood spenden. Los probieren. Ah cool, der wird hier gar nicht abgezogen. hot des isja geil. ich dachte dass sie einer von ihr wird jemand anderen gegeben das ist cool aber du machst erst mal aufstacheln naja so ein dilemma ist es noch gar nicht hier cyrus da müssen wir mal schauen so wir kriegen nochmals zwei gebrochen oh einer ist sogar hops kam du kannst dich passen soviel willst ich war gerade überlegen ob er nicht noch mal eine runde weiter gehen nein wir brauchen ein 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 wirtshaus so 210 entdeckt schön so ausrüstung er hier hat eine quartz rute plus 12 38 plus 12 38 10 hier ist so gibt es hier die namen also so gibt es hier schon mal nichts bei moni gut wir labern hier jetzt mal oh also es ist wohl tatsächlich so die habe ich hier die habe ich leer geklaut hier hatte ich welcher war ich mit serien und dann ist hier tatsächlich beim jetzt ist halt extra 4 nicht mehr da ne also extra 4 solltest du dir das irgendwann nachträglich nur anschauen ja es ist so wenn alles leer geklaut wurde dann ist bei der händlerin auch der hacken dran hier haben wir was ich mich ein bisschen tut die tut hallo ich will doch nur finde ich jetzt nicht cool ich glaube hier gibt es nichts eine anregende Pflaume die nehmen wir mit und ja man muss man kann alles klauen man muss nicht immer alles klauen manchmal kann man auch einfach brav und anständig sein und kann das zeug bezahlen also ne hier haben wir schon da kommt man nicht lang hier da ist schon wieder in einem knast nö ist hier sonst noch was nö schade hier geht es auch nicht weiter na guck einer an was haben wir denn hier einen eisselnstein da wird doch wohl irgendeiner wird doch hier wohl hier warst du hier nicht ne lecker genau nein nicht rausgehen das hat kein mensch gesagt du sollst da wieder rein so so was hast du denn nö 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 wir haben es ein bisschen eilig. Können wir mal mit dem handeln? Schade. Geht der da wieder raus? Ich habe doch danach links rüber. Ich will da noch gucken, was da links drüben ist. Okay, wir hätten uns das auch sparen können. Aber jetzt wissen wir es genau. Könnte man eigentlich meinen. Die sind ja alle Kleriker mit Stäbälle. Und einer von denen hat einen Schadenstock. Warte mal, da drüben da war auch noch was. Äh, ja. Servus. Finde ich jetzt allerdings gemein. Was wollt's mir hier? Also ich finde das jetzt wiederum cool. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, Herr Gelehrter, nein, das finde ich scheiße. Äh, vor dem haben wir ja der Doppel den noch gar nicht. Scheiße. Das wäre jetzt so geil, da könntest du dir alle Viere auf einmal wegbomben und dann haust du noch mal einmal hinten drauf und dann, äh, okay, ich glaube, für einmal noch mal hinten drauf hätten wir gar keinen mehr. Okay, dann machen wir das so. Der eine hat nicht viel ausgehalten. So, dann. Aber weiß was. Man muss nicht immer full drauf donnern. Aber ich war's ganz ehrlich. Mit in der vorne kriegen wir nicht weg. aber er ist als Letztes dran. Uh, mal ein bisschen Schaden gemacht. Hier auch. Was ist der logische Kurs der Aktion? Jetzt macht er nix mehr. Nur der Blumen ist er macht. Moment mal bitte. Da unten ist er dem. Unversehrt und Bruch. So, was haben wir gekriegt? Flaumen in 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 Entschuldigung da kam der Frau gerade kurz die geht ins Bett da geht es nicht so gut laufe wir alles wieder zurück und vorher fighten wir nochmal So, das finde ich schön wenn du gerade dran bist erst mal aufstacheln so du hast da Wirbel Dings Bums ne das ist jetzt ein bisschen doof die können wir hier eigentlich überhaupt nicht brauchen und drücken wir doch mal Cyrus in BP rein hier goes nothing finde ich bei Tress eigentlich ganz gut wenn man sie wenn man nicht was brechen kann BP verschieben bei ihr wird es nicht abgezogen und jemand anders bekommt schneller BP so voll sind alle wir könnten eigentlich mal genau da kann man nämlich auch brechen okay und das war's ja elven haut schon gut rein mittlerweile keine objekte so jetzt wieder nach vlamult dann hat Tress schon wieder gefunden wir finden die noch noch mal schade so endlich du wir gehen da noch mal rein da schade alle wohl sind ab jetzt nach wo müssen wir jetzt eigentlich hin äh wo sind wir denn gerade hier und da kommen wir müssen mal jetzt nach Adlas Damm nein wir wollen da nicht schnell hinreisen wir wollen da hin laufen und leveln so erst mal speichern ich glaube ich fange heute nach dem stream nochmal beim privaten glaube äh fange ich nochmal mit Ophelia an da bin ja bisschen gespannt mal gucken wie das mit ihr so geht als Haupt da dürfen wir fighten und diesmal nur aufpassen und nicht im stream überholen also im stream stand weil ich möchte schon ganz gerne mit euch hier im stream gemeinsam erleben so was machen wir denn hier stream weiss was sind wir mal wieder verspenderisch oh nö 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 wer ganz ehrlich du brauchst eigentlich nö ah wir machen es mal weißt du doch weil hier klicke ich nur eingebrochen bring it on so dann oh elvin geht das schon wieder los und nie so wie gestern ich bin mit ihm gerade sehr verschwenderisch was mana angeht aber er ist kurz vor level ab wir können verschwenderisch sein dresser hat level ab und eine heiltraube m der pflaume wäre lieber gewesen xl so da müssen wir rüber und dresser hat wieder geld gefunden ab ist aber drüber sehen donnerseelenstein so was kommt denn hier so ab und deka so genau das sind die buff heinies die buffen sich irgendwie immer nur holberig gebeam so hier gebeam voller bruch nein denn da schieben wir da mal noch mal einen rüber und dann bombt man sie in der nächsten runde weg noch ein netzschuh wieder wobei ist gar nicht mehr blöd jetzt darf der auch noch oh oh das war sogar zu viel tschüss war schön mit euch zu langes gedauert habt da hat cyrus wieder volles mana i hope i love richtig wahrscheinlich verlaufen wir wieder und dresser findet geld und wir haben uns nicht wir sind schon da was soll denn der mischt okay dann müssen wir mal gucken irgendwie da oben so was ist denn hier oben 17 das sollten wir hinkriegen damit man vielleicht ein bisschen schneller auf level gut 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 wo seid ihr aber wo sind die denn hallo hallo ich mache extra viel lärm Alter wo ist ah oh nö nicht der dreck Spock schon wieder äh oh so okay das war nix äh so so much to learn oh okay oh der blumse macht der hat noch 1200 von 1600 ich glaub Olberic hält noch ne Runde aus so oh so du ist da hat der aber nix klinke ich in das blöde ficht da vorne gebrochen so bogen okay so Tresa sag er mal also dir selber kannst du keinen geben schade okay oh okay nix okay nix okay nix ähm so so ich hätte vielleicht mit Tresa die scheiß Schilde wegbrechen sollen und nicht hier rumaffen der wäre vielleicht gescheiter gewesen nix 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 oh er schläft ja das finde ich jetzt aber scheiße wo ist hier schlafende aufwecken wo ist hier schlafende aufwecken wow ich hab einen den da oh wow 20 kostet ja nix 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 alter schon wieder Ich habe nur was du brauchst. Hier! Jawohl! Ein interessantes Doppel. Mein Fokus ist unparallel. Hör! Komm. Die Beziehung ist wirklich gegründet. Der hält halt echt mega viel aus. Oh nein. Oh, okay. Wollten jetzt eigentlich mit Elvin dann wegbashen. Aber ja, darf Elvin halt nisch. Das geht hier tatsächlich ganz gut. Aber viel mehr. Außer scheiß 4 bringt das hier auch nicht. Das geht hier. Ich habe es geschafft. Der Herr schüppelt! Der Herr schüppelt! Wir sind jetzt überwinden. Wir sind jetzt überwinden! Wir sind jetzt erfunden. Was könntest du denn noch die Tute tun? Weiß was, mach doch mal auf der Giftefizierung. So, du gehst hier, bist du ein Stachelschwein. The logical course of action ist... Double Action! So, wir haben keinen Dolch und wir haben nur Cyrus, der einen Stab dabei hat. Okay. Wir schieben erstmal einen BP. So, du bringst irgendwie gerade mal gar nichts. Aber das ist nur physical. Ja, weil diejenigen welchen für Element, die ist gerade schlafen. Äh, schlafen. Ist halt doof. Äh, ja, ist schon wieder klar. Bei den Drifter, du, mit der nette Depp. Äh, Äh, ich behörde mal einen Rüten. So. So, das, falls er einmal daneben haut. Jawohl. So, und schieben. Äh, das erinnert mich so ein bisschen an früher. Perfekt. Ich brauche noch, ich brauche noch einen Punkt für, für die blaue Bubble. Oh, das waren Seiten. So, was macht denn er nur? Oh. Er muss auch stackeln. Dann musst du. Weil mir die scheiß Armeite da vorne, wenn ich hier rück auf den Tisch geh. Oh, der ist fiech weg. Nice one. So, komm schon. Gib mir ein Vigo. Ne, Quatsch, ein Fury. Ich weiß gar nicht mehr, was Vigo, aber Fury war. Nice. Ja, er bräuchte jetzt mal allmählich Heilung. Mama bräuchte auch. I think not. Here goes nothing. That'll do her. Now the true lesson begins. Aber geh mal mal. Go. Oh, da rennen sie langsam hoch. Nur Tresha, die schläft ein bisschen da hinten. So, wir mussten wieder da runter. So, nice. Fertigkeiten, Hilfsfertigkeiten in hier. Acht plus ist das. So, finden wir dann mehr Feinde? Sieht so aus. Ach, wie süß. Äh, ähm. Oh, mal so. Machen wir so. Äh, Wasser doppelt. Nein, so. Oh, okay. Wenn jetzt sie noch hätte in den FP verschieben oder teilen, das wär geil. Aber das wär ein bisschen über, oder? Wir nehmen erst mal dich raus. Äh, jetzt eh wieder einer zu viel. Nice. Hm, Starbuck, ich wünsch dir noch einen schönen Abend. Okay. So, keine Objekte. Ähm. Ähm. Das hätte ich nur natürlich erst machen sollen. So, er kann noch nicht. Aber Tresha ist fast soweit. Charakter war jetzt einzelne, angeheuerter Hilfe. Der ist halt erster, aber da müssen wir erst noch die zwei. Hier braucht man nur Blitz. Also langsam gehen. Ich würde jetzt nämlich tatsächlich ganz gerne runter kommen ohne. Schöne. Ich glaube, ich verlaufe mich grad. So, genau hier und von hier geht's jetzt nämlich jetzt in die Stadt rein. Jawohl. 126 entdeckt, wie viel haben wir denn schon? Okay, Tresha findet echt viel. Wache. Dieses Atlas Damm, die größte Stadt im Flachland. Es ist eine Stadt des Wissens. Viele Gelehrte kommen hierher, um sich ihren Studien und Forschungen zu widmen. Erkundigen. Wache, Alter 38. Dieser ehemalige Söldner ist nun als Wachmann mit der Aufgabe betraut, die Verteidigung der Schlossstadt zu sichern. Er behält das Kommen und Gehen bei den Toren streng im Auge und sobald er jemand Verdächtigen entdeckt, hält er ihn fest, koste es, was es wolle. Neue Waffen zu verkaufen. Dankeschön. So, halt. Was hast du denn du noch? Ne, den kannst du spalten. Ah, mit dem haben wir schon. So, erstmal auffüllen. Lebhaftes Mädchen. Mir gefällt es, wenn der Barions neue Balladen vorträgt. Wir haben gerade von dem legendären Ritter so krass gehört. Wie nobel und heldenhaft er doch war. Erkundigen. Lebhaftes Mädchen, Alter 8. Übersicht der Charaktere. Wenn sie glücklich ist, hüpft sie in die Luft, wenn sie traurig ist, wirft sie sich zu Boden, ihr Traum, eine große Schauspielerin zu werden. Bei ihren Freunden ist sie beliebt, für die Welt ist sie noch eine Unbekannte. Diese große Mimin, leicht einer Knospe, die darauf wartet, endlich zu erblühen. Keine Information. Ah, hier haben wir schon wieder Neppenquests. Achso, das ist der Händler. Ne, das ist aber nichts der Händler, wo ich wollte. Hallo? Da ist der Händler. Guck mal. Hier, da, du. Hallo, du da. Ach, bist du der Händlerfutzi, oder was? Mit dem geht gar nichts. So, Plattner kaufen. Oh, ganz viele Stäbe. Alter, 18.000. Okay, der lohnt sich mal überhaupt nicht. Aber der wär schon geil, ey. Was glaubt ihr, wie der da abgeht, ey? Der geht ab wie Schmitzluzzi, ey. Man gönnt sich ja sonst nichts. Müssen wir Tresse noch eine Weile mitnehmen. Und hier, Tresse hat ihn schon. Und Olberic würde höher gehen. 36, 38. 38. Hm. Ah, so. Mehr kriegen wir hier sogar nicht. Na, wo häng ich denn hier? Hm. So, mit dem haben wir schon geredet, aber hier gucken wir mal nochmal. Bimskrams. Ah, okay. Bei ihm haben wir schon der gekauft. Ist du ein Pirat? Eigentlich. Wappentragender Betrunkener. Blödes Glitzerding. Für dieses Abzeichen bekomme ich Ihnen nicht mal was zu trinken. Was? Ihr meint, dieses nutzlose Etwas hat eine Bedeutung? Klar, es zeigt, dass ich mal irgendwo dazugehörte. Und das heißt? Nichts. Kameradschaft füllt keine Mägen. Hat er allerdings recht. Wappentragender Betrunkener. Alter 38. Ein schrecklicher Trunkenbold, der unter Alkoholeinfluss sehr gewalttätig wird. Als ehemaliger Söldner kann er sich im Kampf behaupten, was dazu geführt hat, dass er bereits aus vielen Wirtshäusern geworfen wurde. Er trägt immer eine glänzende Goldmedaille. Keine. Danke sehr. Donnerseelenstein. Kritischer Ohrring brauche man nicht. Ich werde mich dann an dieser Stelle schon mal von YouTube verabschieden. An dieser Stelle wird diese Session heute enden. Ich bitte die Soundprobleme zu entschuldigen. Ich weiß nicht, was da los ist. Immer wieder. Habe ich ja morgen über morgen Zeit, danach zu gucken. Wenn es euch gefallen hat, freut es mich umso mehr. Vielleicht sieht man sich in der nächsten Folge. Bis dahin. Guten Morgen, Mittag, Abend oder gute Nacht. Tschüssi und eventuell bis zum nächsten Mal.